Egal ob deinem Chef, deinem Ausbilder oder dem Prüfungsausschuss bei deinem Abschlussprojekt. Überall ist eine gute Präsentationstechnik der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen möchte ich dir heute fünf Tipps mitgeben, um eine überragende Präsentation zu halten. Bleib dran! Erstmal vorab, eine Präsentation oder eine Präsentationstechnik ist natürlich höchst subjektiv und wenn ich die eins zu eins identische Präsentation fünf unterschiedlichen Leuten präsentieren würde, würde ich von allen komplett anderes Feedback erhalten. Und das bringt mich auch direkt zu meinem ersten Tipp. Stell den Adressaten, also den Kunden deiner Präsentation ins Zentrum deines Handelns. Was heißt das konkret? Geh bevor du anfängst, dir Gedanken zum Inhalt zu machen, zu den Folien, die du eventuell in den Powerpoint erstellst oder wie du dich präsentierst. Mach dir intensiv Gedanken dazu, wem präsentierst du das gerade? Was erhofft sich diese Person oder dieser Personenkreis von der Präsentation und wie kriegst du das am besten hin, ihm deine Message bestmöglich zu verkaufen? Mach dir dazu intensiv Gedanken und schreib dir auch im Optimalfall die wesentlichen Punkte auf, auf die du dabei achten musst. Punkt Nummer zwei. Sei selbstbewusst in deinem Auftritt. Meiner Meinung nach erreicht man viel Selbstbewusstsein während der Präsentation, vor allem durch fachliche Kompetenz. Also das heißt, dass du dich in dem Thema auskennst, was du gerade vorträgst. Dazu würde ich dir empfehlen, arbeite intensiv an deinem Thema und bereite dich gut vor. Zudem finde ich auch, dass es ein guter und positiver Faktor ist, wenn man sich gut kleidet, wenn man eine gute Körperhaltung hat, also dass du dich breitbeinig hinstellst, breite Schultern machst und versuchst, so auch entsprechend deine Sprechart und Weise anzupassen und dementsprechend auch einfach einen vernünftigen Ton drüber bringst. Man merkt dir in deiner Stimmfarbe an, wie selbstbewusst du gerade auftrittst. Und ein sehr selbstbewusstes Auftreten, was auch ehrlicherweise schnell mal in Arroganz mündet, hilft dir trotzdem in den meisten Fällen extrem dabei, eine überzeugende Präsentation rüberzubringen. Denn du musst selbstbewusst bei deiner Präsentation wirken, um den anderen auch glaubhaft rüberzubringen, dass du hinter deinem Thema stehst. Weil wenn du nicht selbstbewusst bei deiner Präsentation bist, wer sollte es sonst sein? Tipp Nummer 3. Baue dir eine spannende Story auf. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt an, wenn du gerade überlegst, du machst vielleicht gerade ein Thema für die Schule oder für deine Abschlussprüfung und das ist ein sehr, sehr fachliches Thema. Ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht das Spannendste. Trotzdem kannst du es schaffen, mit der richtigen Methode dein Thema spannend aufzubauen. Was mir immer sehr dabei hilft, ein passendes Thema sehr umfänglich erstmal zu starten und auch für den Zuhörer einzuleiten, ist folgendes Modell zu verwenden. Du fängst erstmal an, die Situation zu beschreiben, in dem sich das ganze Thema gerade befindet. Du schreibst auf, was sind Probleme, die sich aus dieser Situation, aus dem Status quo ergeben. Schreibst aus den Problemen die Fragestellung, auf die man sich jetzt normalerweise stellt und versuchst dann darin, die Lösung zu finden. Und die Lösungen beziehen sich auf den Inhalt deiner Präsentation. Und so versuchst du systematisch als Story durch deine Präsentation durchzuführen und damit eben den Zuhörer aktiv mitzunehmen und damit von deinem Thema zu überzeugen. Tipp Nummer 4. Nutze die perfekte visuelle Darstellungsform. Ich glaube, in den meisten Fällen wird es dir auch so gehen wie mir. Nutzt man ganz klassisch PowerPoint. Aber versuch auch das mal zu hinterfragen. In vielen Fällen bietet es sich vielleicht auch gar nicht an, unbedingt PowerPoint zu nutzen. Es gibt viele andere Darstellungsmöglichkeiten. Egal ob auf einem Whiteboard, einem typischen Flipchart. Es bietet sich sogar in vielen Situationen an, gar keine Darstellungsform zu nutzen, sondern einfach mal zu sprechen und das, was du vorträgst, mal systematisch durchzuarbeiten und das so rüberzubringen, dass du gar keine visuelle Darstellungsform brauchst. Also überleg dir auch gut mit dem Zentrum, im Zentrum deines Kunden, was ist die perfekte Darstellungsform, die du verwenden möchtest. Ist es PowerPoint? Ist es vielleicht sowas wie ein Flipchart oder ein Whiteboard? Möchtest du vielleicht eine ganz andere Software benutzen? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Geh das mal durch und überleg dir mal, was der perfekte Case für deine Situation ist. Und dabei vielleicht auch mal was anderes zu nutzen. Das macht das Ganze vielleicht auch mal was spannender, als jetzt die 200. PowerPoint-Präsentation zu sehen. Tipp Nummer 5 und wie immer meiner Meinung nach der wichtigste Tipp. Übe deine Präsentation, bis du das Thema selbst als übertrieben langweilig empfindest. Was ich damit meine, ist nicht nur auf eine Präsentation bezogen, sondern grundsätzlich, wenn es um irgendwas geht, wo du dich thematisch vorbereiten musst. Vorbereitung ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was du in so einer Situation machen kannst. Deswegen übe deine Präsentation, nerve von mir aus, auch deine Freunde oder deine Familie. Trag die Präsentation 20 Mal vor, bis es dir so vorkommt, als würdest du das zum 1000 Mal präsentieren, was du da gerade machst und dass sich das Thema und die Sätze, die du sprichst, schon selbst langweilt. Das ist ein extrem guter Indikator dafür, dass du sicher bist bei deiner Präsentation und dass du deine Inhalte sehr gut rüberkriegst. Also wirklich, geh deine Präsentation mit Sicherheit 10 Mal durch. Vor allem, natürlich muss man das abwägen, wie wichtig die Präsentation ist. Wenn sie jetzt nicht so wichtig ist, reicht es wahrscheinlich auch ein- oder zweimal. Aber wenn es eine besonders wichtige Präsentation ist, beispielsweise bei deiner Abschlussprüfung, würde ich dir empfehlen, die Präsentation 10 Mal durchzugehen und dabei auch immer wieder andere Leute vor dich zu setzen, weil so auch immer wieder anderes Feedback kommt und du immer wieder neue Punkte aufgreifen kannst, wie du deine Präsentation eventuell noch besser machst. Fandest du diese Tipps hilfreich? Oder würde es dich vielleicht sogar interessieren, dass ich mal systematisch durchgehe, wie ich eine Präsentation für mich aufbauen würde, an einem wirklichen Beispiel? Wenn das so ist, lass doch gerne ein Like da und schreib einen Kommentar, was dich explizit interessieren würde. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn du den Kanal abonnierst und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video von Ausbildung X wiedersehen, deinem Ausbildungspartner.